und willkommen zurück zu skyward sword beim letzten mal sind wir hier haben erstmal hier die seiren gelöst ein cooles neues gadget bekommen und zwar nicht sind greifhaken hier die ungewöhnlich weit gehen und nun sind wir hier in der höhle von ranel und haben wir reden mit dem typen hier welch seltener besuch mein name ist ken bun ich erforsche die legende der drei dachen diese gegend mag trostlos wirken doch ich bin sicher dass sich hier etwas verwirkt dein name ist also video kein einfacher name höre ich öfter erzähle doch mal was du in dieser eine öde sucht eine heilige flamme irgendwo habe ich davon schon gehört oder aber doch nicht stimmt ja jetzt weiß ich es ich habe in alten schriften über das ranel sandmeer davon gelöst gelesen leider erinnere ich mich nicht mehr an einzuleiten aber zu sandmeer geht es da drüben lang da wo die tür zu ist um zum rahmen sandmeer zu beglangen brauchst du diesen schlüssel hat er noch was erzählt über die legende der drei drachen dann wenn ich dann ich komme hier ranel mine ach wie wie ranel mine kommen denn da raus ah ok da oben war ja auch noch eine kiste begreifen erstmal hier alle kisten ab perfekt und fast perfekt da stand er auf den gipfel noch eine kiste rum wo sie das ding so hier war sie nicht war auf anderen seite ok gut einmal darüber ja ich weiß die zikade wo sie sich annähern und dann ganz langsam hier das fisch fangen und bloß nicht erschrege so eine satzikale nummer zwei wir müssen sie unbedingt mal an diesen einen typen im wolkenort verkaufen die dinger da gibt es ja nicht gut geld für aber dazu brauchen wir auch erstmal eine größere börse und die kostet wieder einiges an kohle und so zieht sich das dann auch immer weiter bis an unser lebensende weiß auch gerade gar nicht unser maximum ist ich nehme jetzt einfach mal an dass in der kiste kein rubin drin ist ein schattenkristall echt gut die wir uns langsam hinterher geworfen es war eine gute info die wir von frei bekommen haben im letzten part dass man durch gegner auspeitschen noch einige items erhalten können da habe ich gar nicht dran gedacht ich würde gerne können wir nicht ich muss hier doch diesen komischen wap- punkt weg machen was wir eigentlich haben und musste die geringer nummer angucken das mal los müssen wir den ganzen weg wieder zurück wo ist hier da unten da lang und da lang und dann auch da lang ja ich weiß ist ein bisschen zeitraubend so ich sage auch wieder viel zu oft so das wollte ich meine schon abgewöhnt haben aber irgendwie hat sich das bisher noch nicht so ergeben gut der macht also ein kram weiter und wir machen dann auch mal unseren kram weiter da ist hier noch irgendwas da arbeitet er gerade dran glaube ich können wir erst später hin beziehungsweise müssen wir erst später hin weil wir uns ja bereits verraten wurde könnte uns dort ein neuer schild erwarten die bieter ich habe etwas zu berichten dies ist das randelsandmeer früher war hier ein riesiger ozean heute aber ist alles ausgetrocknet und mit sand bedeckt hier im ozean mit wie verkack eiern randelsandmeer an diesem ort befand sich früher ein hafen randelsandmeer und wir sind dort und wir müssen darüber ja ihr habt verstanden es besteht einer wahrscheinlichkeit von 90 prozent dass wir die heilige haben die heilige haben die heilige haben hier finden ich empfehle deine suche nach diesem mit der suche oder nicht mit der suche gut das wäre so ihre standard antwort alles mit der auger suchen offenbar ja doch nicht so dann hier rüber dieser reifwagen hat ist schon eine wunderte technik hätte ich gerne für zu hause quasi für mich dann wie wenn ich nur wie ich lust habe einfach irgendwo hin handeln so und hier packe ich jetzt schon mal vorsicht habe mein netz aus give me fucking wüsten gras bis kein wüsten gras man hier geht ja nicht ne ne oh glibber 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 haben wir noch unmengen von unmengen ja du so legras aus der wüste erscheinen ha du hast wüsten gras erhalten ja jetzt haben wir schon wieder zwei stück fehlen uns noch viele viele mehr da kommen nicht so geizig bisschen mehr hier wir können sich auch erstmal ein bisschen umdrehen und mal eben diese vorgestattung aktivieren bootsteg nun gut dann gehen wir erstmal hier irgendwo gucken wir haben hier einfach mal nichts besonderes toll außer käfer na komm na komm du blödes ding eine ameise wie schön was ist hier drin noch eine ameise na komm jetzt schon die zweite ich habe immer die hoffnung dass sie immer so ein wüsten gras ja quasi spawn aber naja wien wien hätte gerne die kriegen wir da nicht raus äh wo können wir noch gucken wo können wir noch gucken was ist hier überhaupt weil weiche hafen ok das wird so ein umschlag umschlag platz gewesen sein ach komm ich tue mal nicht so als wenn ich nicht wüsste was hier los ist ähm ja umschlag hafen großes meer wie man hier sehen kann unglaublich viel wasser solche unmengen an wasser hat man noch nie gesehen und äh ja hopp hopp da kommen wir mit hilfe unserer stopper haken es rüber so nein halt stopp so so und haben wir iiii holy du auch noch noch einer hm gut und holy stein ja das war es ja auch schon wieder naja doch das macht sinn ne macht es nicht weil hier so ein kletterlingens ist so für den fall der fälle weil das wüsten gras echt mega lästig zu bekommen ist da muss man immer aha siehste ähm muss ich mal so lange warten bis hier mal so ein ding auftaucht hauptsache die gibt es hier zuhauf die mega fetten da konnte er nicht funktionieren so ausgeglibbert ist hier sonst noch irgendwas davon ist ein haufen ameisen so ganz ein haufen zusammen nur die lenken wir nicht weiter ab wir gehen jetzt den bootsteg runter und da vorne ist ein zeitstein ich hau da jetzt einfach mal drauf und tatsache hier war früher wasser ein piraten roboter und wasser also ein pirate bot quasi quasi der antrieb uns wurde gesagt dass zeitschein hier so antriebe für alles waren und das wird uns auch wahrscheinlich diese captain beschädigen können was bist du denn für eine bist du ein mensch wer ich bin also ich bin burka kapitän des berühmt berühmt berüchtigsten schiff das naios flamme an jedem typischen tag ich und meine mannschaft waren auf unserem normalen kurs und dann plötzlich taucht diese piraten auf und griffen uns an sie tratteten nach naios flamme meine männer wurden gefangen genommen ich über bord geworfen das ist aber ja unschön hier hatte ich mich dann wieder danach bin ich unzählige male mit diesem kanal hinaus gefahren und habe nach meinem schiff gesucht aber mein schiff war verschwunden ich bin mir sicher dass es mit seiner spezialfunktion verschwunden ist verschwunden um naios flamme zu beschützen ist mein schiff mit einem tarnmechanismus ausgerüstet was sagst du da du bist auf der suche nach naios flamme du brauchst sie und jemanden zu finden der die sehr sehr wichtig ist da solltest du mir helfen mein schiff und meine mannschaft zu finden hä hä wenn du mir helfen willst lasse ich dich auf mein boot wie sieht es aus klar wirklich nun in diesem fall die landkarte die du hast ist nicht besonders brauchbar um zur see zu fahren benötigst du eine richtige see karte eine richtige see karte findest du in meinem haus lass uns deswegen zuerst dahin fahren sollen wir ablegen äh ne ich geh noch ein letztes mal gucken ob hier nochmal so ein wüstengras rumläuft Gras aus der wüste ha 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 es ist jetzt so ein cool mini schnurr war der extrem niedlich aus irgendwie endlich wieder auf sie wie navigiert man da gleich ach so mit hilfe von blöd bewegst du dich voran mit a gedrückt geschwindigkeit drücke b um die bordkanone vorzubereiten und dann abend zu feuern diese darf man nehmen auf dem ein haus steht ist mit x markiert dort gibt es ein pier von dem was du an land gehen kannst ja es kann man los geht okay wir sollen naja ich soll hier das ist normales tempo und das ist power tempo und ich hoffe mal wir fahren jetzt gerade richtig wir langsam angehen lassen da vorne ist der pier dann holen wir uns erstmal eine vernünftige sehkarte war so so kann man ja nicht zur see fahren da haus des kapitäts hat wie hier wohnt er wir sind da alter schwede mein haus steht auf dem gipfel bitte holen die sehkarte die sich in meinem haus befindet und pass auf die monster auf das sind ein paar richtig fiese biester dabei ich kann das boot nicht alleine lassen deshalb bleibe ich hier und warte auf dich natürlich tust du das der wundert sich überhaupt nicht was mit seinem ganze zeug wie ist er darauf gekommen der hat keine beine obwohl die konnten doch alle an die konnte nicht fliegen konnten nicht alle fliegen wie ist er denn dann da hoch eben hier so aktivieren ja es ist und bleibt ein rätsel so wie ist das der schild hilft auch gegen elektro damit so ein besser time okay ich gebe gleich so alles klar da können wir nicht vorbei oder hat er was du jetzt hat das sagen aus als hätte ihr was du gelistet hat hat es aber nicht in dem fall hier kommt nimm so kann man eigentlich auch irgendwas so mit peitsche machen die kann auch nicht weiter okay dann darauf darauf da auch hier gibt es die dinge auch ist ja nett gut da ist eine truhe das macht alles gleich um einiges du santer jedoch jetzt dahin dahin reicht nicht okay ja wie die pflanzen aus der prinzess du fette fettwanzige verdammt fett rund und ist nur noch das törchen auf ein gang was haben wir was haben wir natürlich glibbers so muss man jetzt ok le greife komische fliege pflanze und andere greife in punkt noch geht er doch alles viel höher da oben war glaube ich noch so ein dicker und wirklich mal die peitsche ausprobieren aber erstmal misskäfer auch eine standard ameise haben wir schon genug von so der dicke die meinte denn jetzt konnte ich ja gar nicht looten das feuer ein bisschen doof und was willst du ja so und dann kriegst du noch kurz mal die zähne packt ding so 20 rubin allein deswegen lohnt sich der ausflug schon wegen ganzen geld kriegen da ist ein stein und stein will ich ran aber das geht noch nicht so viel vergessen hier da geht's hoch dann müssen wir jetzt erstmal offensichtlich da herüber da können wir nichts machen und dann erst mal rüber ich hab doch ich hab doch ich habe okay lassen wir so stehen wechseln hat aber auch sonst nix macht das ding da eine fliege klammer pflanze ein wunder der natur halb pflanze halb gut und mit diesem kurzen philosophischen satz beenden wir jetzt auch die folge beim letzten mal gehen wir dann in das haus des kapitäns hoffe ich zumindest und besorgen uns da die sehkarte ich hoffe euch hat das video gefallen bis zum nächsten mal